Das bestausgerüsteste Büro aller Zeiten. Der sitzt hier jetzt übrigens für Jimmy. Jimmy ist ein Arschloch. Jimmy muss in meine Ecke sitzen. Leute, kann ich nicht mit euch reden? Halt's mal, Jimmy! Und dann sitzt Jimmy hier und denkt sich nur, okay, fickt euch. Eines Tages werde ich reich und berühmt.